Johann Georg von Hohensollern-Hechingen war der erste Fürst von Hohensollern-Hechingen. Leben Johann Georg war der einzige überlebende Sohn des Grafen Eitel Friedrich I. von Hohensollern-Hechingen aus dessen zweiter Ehe mit Sibylle, Tochter des Grafen Froben Christoph von Zimmern. Johann Georg wuchs bei seinen brandenburgischen Verwandten am Hof von Berlin auf. Er heiratete am 11. Oktober 1598 in Hechingen Franziska, Tochter des Grafen Friedrich I. von Salm, Wild und Rheingraf in Neufill. Johann Georg stand als Katholik treu auf der Seite des Kaisers und bekleidete von 1603 bis 1605 die Kasekundenamt des Reichskammergerichtspräsidenten und später das Amt des Reichshofratspräsidenten. Letztere Funktion erwies sich als hilfreich. Nachdem er bei einer militärischen Auseinandersetzung mit Georg Dietrich von Westerstetten unberechtigt württembergisches Hoheitsgebiet betreten hatte, er vertrat auf den Reichstagen das österreichische Haus und versuchte gemeinsam mit Johannes Pistorius Markgraf Georg Friedrich von Baden für die katholische Kirche zurückzugewinnen. 1609 war Johann Georg Sondergesandter des Kaisers am Französischen Hof. Auf seiner Rückreise traf er in Brüssel mit Erzherzog Albrecht zusammen, mit dem er in engem brieflichen Kontakt blieb. Wegen seines geringen Gehalts und Auseinandersetzungen mit Kardinalklässl reichte Johann Georg 1612 dreizehntel dreimal seinen Rücktritt ein. Dem allerdings nicht entsprochen wurde, wurde er nochmals in erfolgreicher Mission als Gesandter nach Frankreich geschickt. Seit 1620 Ritter des Orden vom Goldenen Vlies wurde Johann Georg am 23. März 1623 durch Kaiser Ferdinand II. in den Reichsfürstenstand erhoben. Johann Georgs Herrschaft wurde damit gefürstet und zum Allodium erhoben. Im Gegensatz zu einem Lehn bedeutete freies Eigentum an einer gefürsteten Grafschaft Unabhängigkeit von Kaiser und Reich. Die Erhebung erfolgte gemeinsam mit 22 anderen Reichsgrafen, darunter auch die Grafen von Hohensollern Siegmaringen und Hohensollern Heigerloch. Ferdinand versuchte durch die Erhebung der katholischen Grafen von Hohensollern das Gleichgewicht zwischen Katholiken und Protestanten im Reich wiederherzustellen. Im Jahr 1623 ließ Johann Georg, der als talentvoll und wissenschaftlich gebildet beschrieben wurde, auf der Burg Hohensollern-Bastein anlegen. Nachkommen Aus seiner Ehe hatte Johann Georg folgende Kinder Karl Sibylle Lemniskarte 1615 Ernst von der Maggraf von Schleiden Franziska Katharina Lemniskarte 1619 Graf Jakob Hannibal II. Von Hohenems Eitel Friedrich II. Fürst von Hohensollern-Hechingen Lemniskarte 1630 Gräfin Elisabeth von Berg-Herrenberg Mark Gräfin und Erbin von Bergen-OP Sumi Johann Friedrich Anna Maria Lemniskarte Landgraf Egon VIII. Von Fürstenbach in Heiligenberg Georg Friedrich gefallen Marie Domina Katharina Ursula Lemniskarte 1624 Mark Graf Wilhelm von Baden-Baden Marie Renate Lemniskarte 1625 Graf Hugo von Königsegg Rotenfels Maximiliane Lemniskarte Johann Franz von Trautson Graf von Falkenstein Leopold Friedrich Domherr in Köln Maria Anna Lemniskarte 1630 Graf Ernst von Isenburg Renz auf Philipp Fürst von Hohensollern-Hechingen Renz in Köln Mm-hmm Renz in Köln